Musik Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier im LS22. Und zwar schauen wir uns heute mal in der LKB-Abteilung nochmal etwas genauer um, denn da gab es ja, wie auch heute relativ schönes, wer auf amerikanischen LKB steht, nicht wahr? Ja und zwar von Lizard Motors, den AW362 Capover, ne, DD60, dann gibt es hier noch einen Capover Dock und ein 8V92. Gucken wir uns mal kurz an, hier fallen mir eigentlich relativ gut die Dinger und ja, ne, da ist das Gerät, der ist recht günstig, der kostet 30.000, so wie er hier steht, hat 330 PS, fährt 95 kmh. So, wir können so ein paar Sachen konfigurieren und ich muss sagen, das Modell an sich ist gar nicht so hässlich, ähm, laut dem Emblem hier vorne über den Kühlergrill kommt er wohl aus dem Hause Peterbilt, hat schon mal Pluspunkte, ne? Ja, so, wir gucken mal, und zwar haben wir hier Bereifung immer kontinental, da können wir verschiedene Varianten wählen, und zwar die Felge vorne, ne, können wir entweder, wobei die Reifenbreite ändert sich nicht, nur die Felge an sich, ähm, dann können wir einen langen Rahmen wählen, ne, wer es möchte, und können dann hier auch wieder die vordere Felge dazu anpassen, oder wie in einem Breitreifen haben wir dann, äh, aggrobe Reifung, da bleibt dann aber alles gleich, oder wir fangen von vorne an, ne, und dann hätten wir noch die Möglichkeit auf Trellebox zu wechseln, und dann hätten wir hier diese grobstollige Agro-Profil, und das warte noch schon, ne, hier können wir uns später umändern, ich würde mal sagen, wir nehmen den aber einfach in kontinental normal, und dann gucken wir mal weiter, wir können nämlich Windabweise anbauen, oder verschiedene Streifendekors, und da kann man sich ja austoben, ne, oder man macht ja nichts, ich finde, warte mal, das hier, das nehmen wir einfach mal, oder, so, Stoßstange, da können wir nämlich verschiedene Varianten anbauen, die dann auch dementsprechend in Farbe gestalten, na, ich finde aber hier die gerade verchromte ist okay, Sonnenblende haben wir hier auch mehrere Möglichkeiten, wobei hier sieht die Textur, ja, ist, äh, gewöhnungsbedürftig, ne, können wir dann auch in schwarz machen, wir können hier auch in Wagenfarbe machen, Chrom hätten wir dann, ähm, wir nehmen die mal in Wagenfarbe, in, ja, so ist okay, Kutschlügel, da geht's los, wir haben hinten original, nur vorne die kleine, ne, Chrom, dann haben wir die halben mit Chrom, dann haben wir komplett mit Chrom, und wir können auch einzeln, ähm, die Räder abdecken, oder wir nehmen das alles in Wagenfarbe, und in schwarz Kunststoff, hier die Geschichte auch noch, mhm, wir können mal, in Wagenfarbe war eigentlich ja nicht so verkehrt, oder? So? Ja, so, ich glaube, so ist okay. Aufs Puff haben wir original einen einzelnen, eine linke Seite, und dann können wir den auch nach rechts bauen, dann können wir beide Seiten anbauen, dann können wir einen kleinen, geraden, einzelnen, andere Seite, Bäde-Seiten, oder in etwas höheren Schornsteinen, einzelnen Bäde-Oder, wir können hier auch massiv, ne, so custom-mäßig, ehnen sind richtig dick im Ofenrohr ranbauen, äh, links, rechts, oder Bäde-Seiten, ne, je nachdem, ist ja in Amerika-Recht verbreitet, die ganze Schichte, ähm, und dann hätten wir noch die Möglichkeit, dass wir eh einen Luftfilter an der Seite, und eh einen Auspuffhofer an der Seite haben, na, das wäre schon so ein bisschen, naja, Doppel-Air-Intake, na, fast sowas wie, na, in Australien und so rumfährt, ne, wir nehmen ihn einfach mal so, dann haben wir Motorenausführung, ähm, hier geht es auch um die Getriebe, 330 PS, mit einem 11-Gang, mit einem 13-Gang, mit einem 15-Gang, oder mit einem 18-Gang, dann haben wir 350 PS, 11-Gang, 13, 15, 18-Gang, und 375 PS, mit 11, 13, 15, und 18-Gang-Getriebe, 400 PS in den Getriebe-Varianten, und 430 auch nochmal in den Getriebe-Varianten, und dann fängt die Sache von vorne an, ne, wir nehmen mal den Originalen, da kann man sich ja aussuchen, was man haben möchte, und wie man hier sieht, der Innenraum ist ja nicht so hässlich, werden wir uns aber gleich anschauen, ähm, Hauptfarbe, können wir hier natürlich, in den verrücktesten Farben, wieder durchkonfigurieren, der Gerät, so, ja, sind aber sehr viele, komische Farbtöne dabei, aber ist okay, so wie nehmen wir halt dieses Gelb hier, dann Designfarbe, hier können wir wahrscheinlich die Streifen, genau, die können wir in einer anderen Farbe einfärben, und Felgenfarbe hätten wir hier noch in Chrom, in Grau, in Weiß, und in Schwarz, ich muss sagen, Weiß steht ihm recht gut, ne, so, ein Kennzeichen sparen wir uns, der kostet 32.500, das geht vollkommen klar, so, komm, den schauen wir uns mal an, weil die Modelle an sich sind vom, vom Aufbau alle gleich, und ich muss sagen, von der Textur her, auf jeden Fall vertretbar, ist ja auch nicht so hässlich, oder, guck mal, recht detailreich, vorne mit den Nieten und alles, Scheinwerfer mit Zusatzlampen, ne, das geht eigentlich, Griffe, Spiegel, Griffe, Chromleisten, Felgen, Dritte, Tank, ne, alles da, die Reifen sind vernünftig, die Räder sind vernünftig, Fahrwerk mit Luftbälge, Kaderwelle, E-Triebe, was willst du mehr, ein paar Leitungen sind dran, ne, hinten der Halterahmen für die Auspuffanlage, Luftfilter, alles, supi, ist ein schönes, solides Modell, hier ist nicht viel dran, ne, hat Ofendach, Lampen, hat Hupen, warte mal, wir können ja mal Hupen, die ist recht laut, der hätte ich mir vielleicht irgendein Horn gewünscht, aber hey, ne, so, das ist Standlicht, da haben wir hier schöne Weihnachtsbaumbeleuchtung, ringsrum, vorne, hinten, ne, geht aber, so, dann hätten wir hier Abblender, da gehen dann von den Hauptscheinwerfern zwei an, und Scheinwerfer gehen dann alle, rundum leuchten haben wir nicht, wir haben noch einen Blinker, vorne, an der Seite, und hinten, andere Seite, genau die gleiche, ja, wollen wir mal starten, hat einen sehr schönen Motor Sound im Stand, so, wenn wir mal von innen schauen, haben wir hier ein Lenkrad, und eine sehr schön animierte Innenansicht eigentlich, hier mit Vorhang und dicke, fette Chromstange, zwei Sitze mit Gurte, und einen dicken Schaltknüppel, ne, Holz, Armaturen, guck mal, wenn wir schalten und losfahren, dann schaltet der Gerät, Tachos funktionieren, Spiegel funktionieren, wenn wir Licht anschalten, gehen sie ja im Innenraum die Lampen mit an, die Kontrolllampen im Tacho hier mit an, wenn wir blinken, funktioniert die ganze Schichte auch, die Stöcke bewegen sich mit, mega, die Pedale funktionieren, am coolsten ist eigentlich der Schalthebel hier, und ich muss sagen, Spiegel funktioniert so, beide Seiten, naja, je nachdem, ne, so, Außenansicht, guck mal, die Kabine, die ist so ja animiert, Luft gefedert beim Bremsen und beim Beschleunigen, ne, das sind schöne Teile, gefällt mir, hat einen sehr schönen Motorklang, hat leider wieder einen Rückfahrton, und wir können ja mal gucken, ob wir, ähm, Sonderfunktion haben, nö, haben wir nicht, alles klar, so, das ist Modell Nummer 1, ne, mit der kleinen Motorisierung, mit dem kurzen Getriebe, wir können ja mal schauen, wie geht's denn hier weiter, weil da waren ja, ist ja ein Paket, ne, also wir haben hier dann den, den Cap Over Dock, die können wir auch gar nicht so viel verändern, der hat auf jeden Fall einen langen Rahmen, wir haben hier Möglichkeiten der Radkonfiguration, können wir mal wieder ändern, aber warte mal, wir nehmen den mal so, wie er hier ist, Reifenvariante, ne, Continental, langer Rahmen, Winterweiser könnten wir hier noch ein bisschen die Farbe ändern, Stoßstange können wir hier wieder rumkonfigurieren, die Sonnenblende könnten wir ändern, also man kann hier noch so ein bisschen individuell sich austoben, wir können mal auspufftechnisch hier ein bisschen was anderes machen, so, ähm, Motorenvariante, starten wir direkt bei 425 PS mit einem 11 Gang Getriebe, das können wir wieder hochschieben bis auf 18 Gang, und dann gehen wir weiter bei 581 PS, und dann nehmen wir mal das große Getriebe mit dem großen Motor, so, Hauptfarbe, da wir ja schon, dann tauschen wir einfach mal, komm, dann nehmen wir hier dieses Blau, und Designfarbe haben wir nicht, weil wir haben keine Streifen, Felgenfarbe können wir eigentlich so lassen, ne, dann hätten wir das, der kostet aber 3 Mark mehr, also 47.500, geht aber auch noch mit einem LKW über 500 PS, kannst du denn den meckern, komm, den schauen wir uns an, und dann haben wir noch den Kameraden hier, der hat Original 330 PS, mit einem kurzen Rahmen, und schwarze Kabine, also die sind schon vorkonfiguriert, die Dinger, ne, hier haben wir ein 18 Gang Getriebe drin, der hat schon große Schornsteine drauf, wir können immer hier die Akku-Bereifung nehmen, wenn wir hier Winterweiser ran bauen, dann doch heute mal so, war okay, oder? Stoßstange lassen wir mal, ändert sich hier nicht viel, wir können hier vielleicht mal einen anderen Auswurf ran bauen, so, Hauptfarbe lassen wir mal schwarz, Designfarbe auch, Felgenfarbe ist okay, der kostet 34.500, hier können wir keine Motorenvariante ändern, der bleibt wie er ist, 330 PS mit dem großen Getriebe, so, ne, also wie gesagt, vom Modell her sind die alle gleich, der Kamerad hier in der Mitte, der hat halt den längeren Rahmen, hat halt dementsprechend auch einen längeren Lenkradius, und wir schauen mal, der hat auch einen anderen Motorsound, hat er eine Anrupe, Beleuchtung ist die gleiche, der ist relativ laut, merke ich gerade, okay, aber fährt verdammt gut, so, vom Innenraum her, ne, ist genauso wie die anderen, aber hat hier mega cool, die Hand auf dem Schalltäbel, der Typ, okay, die Hupe, die ist schon ein bisschen angenehmer, ja, und der Kamerad hier, ne, ich muss sagen, ein schwarzes Feld, der mir richtig, dem oranischen Streifen hier, ne, mit der dicken Sonnenblende, geht, ich glaube, der klingt noch mal anders, wie der andere, oder? oh, das 18-Gang-Getriebe, das ist echt schnell, also guck mal, wie schnell der vorwärts rennt, der Kollege hier, Wahnsinn, Oha, oh, beim Abtouren hat er ein sehr schönes Boot daran geräuscht, pass mal auf, immer ohne Quatsch, das ist ein sehr schöner LKW, okay, dann wieder die andere Hupe, alles klar, so, ähm, dieses LKW-Paket, gibt es, ähm, original Giants Mod Hub, für alle Plattformen, PC und Konsole, ähm, wie die genau heißt, schreibe ich euch wieder in die Videobeschreibung, und dann schauen wir uns mal, weiter im Shop um, gibt ja noch mehr, und zwar, bei der Abteilung Radlader, relativ neu, und zwar den Case, IH-W20-E, der kostet 65.000, vom Preis her voll okay, ne, ist ein kleiner, knubbeliger Radlader hier, wir schauen mal, ne, hat einen relativ hohen Hintern, aber eine schmale, hohe Bauweise, der ist relativ kompakt, aber der kann so Sachen machen, ne, der hat 150 PS, das geht eigentlich, und wir können hier auch so ein bisschen durchkonfigurieren, farbentechnisch auf jeden Fall viel, Kontinentalreifen haben wir hier, und verschiedene Reifenprofile zum Wählen, ich glaube, ihr könnt auch für jeden was dabei sein, und wir nehmen einfach mal das hier, dann hätten wir noch BKT, hier können wir nichts verändern, ne, so ein, normale TV, Stollenprofil, Redestein können wir nicht verändern, und dann sind wir wieder bei Michelin, mhm, Fenster können wir tönen, wir haben Original, wir haben leichte Tönung, oder helle Tönung ist so grünlich, mittlere Tönung, und richtig schwarz, je nachdem, wo wir ihn einsetzen, irgendwie nehmen wir die normale, dann sieht man mehr, rund um leuchten, können wir anbauen, können wir abbauen, ähm, Entnebeln von Spuren, was auch immer das bedeutet, also man kriegt hier einen Rahmen ran, an den Fenster, wenn man da mal schaut, ja, wird wahrscheinlich, für die Innansicht, eine Option sein, wir machen einfach mal ohne, weil, ich kann mir ja nichts darunter vorstellen, Auspuff haben wir die Möglichkeit, diese Droh, was er hinten hat, in Chrom zu ändern, und, Hintergrundfarbe, das ist jetzt ein nächstes Ding, ah ja, hier hinten, stimmt, seine Zusatzgewichte, hinten am Rahmen, am Hintern quasi, die kann man, in verschiedenen Farben, durchkonfigurieren, verschiedene schwarze Grautöne, und verschiedene Gelbtöne, ne, so, Original ist halt Wagenfarbe, wie der Rest, dann können wir, Anhängerkupplung vorne wählen, hier, das ist immer, Radlader, oder, kleiner Lader, oder halt die Originale, wie sie mitkommt, wir nehmen einfach mal, Radlader, das macht auch wirklich, einen Unterschied, also, zeige ich euch, ist ja kein Problem, Hauptfarbe, haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Orangetöne zu wählen, ne, leicht gelblich, leicht orange, oder in schwarz, in, grau, ne, also, anthrazit, so, die heißen ja alle schwarz, durchnummeriert, wir nehmen mal hier den Original, ähm, Farbe vorne, ist dann wahrscheinlich der Frontlader, genau, den können wir auch in derselben Farbe machen, ähm, seitlich, hätten wir die Möglichkeit, hier die Kotflügel dann schwarz zu machen, zum Beispiel, und die Kabine selber können wir, auch in Wagenfarbe machen, aber ich muss sagen, mit so einem, grauen oder schwarzen Rahmen, sieht die bald am besten aus, so, äh, Felgenfarbe natürlich noch, könnte man so in, orange oder gelb oder schwarz, je nachdem, grau ist auch dabei, wir machen die mal in schwarz, ein Kennzeichen klemmen wir uns, der ist immer noch recht günstig, für 65.350 Euro geht da vollkommen klar, so, und den Kameraden gucken wir uns mal an, also man kann echt viel durchkonfigurieren, ne, der ist jetzt hier ein bisschen langweilig, komplett in orange, bis auf seine Kotflügel, aber vom Modell her, von den Texturen, ist es okay, na, ist sehr kompakt, man kann nicht viel sehen, hier seine Lenkhydraulik ist auf jeden Fall am Start, mit einem, äh, Warnschild, Hydraulikleitung sind da, Anschlüsse, ne, ein schöner Kühlergrill, man kann durchschauen, bis auf die Kühlerlamellen vom Motor, Rückleuchten sind hinterm Gitter versteckt, ne, Tankstutzen hat er hier auch, der hier an der Seite rauskommt, hat ein Stickel für die Heckkupplung, die funktioniert auch, da kann man Anhänger anhängen, ja, habe ich schon getestet, geht, Auspuffrater, dicke, fette Heckscheibenheizung, naja, und von außen, ne, das warten auch schon, ist halt ein Radlader, so, von drinnen, hat er Hebelei, ein paar Pedale, Fenster, Lenkrad, Spiegel, wenn wir starten, schaut mal auf den linken Hebel, beim Fahren, ist die Gangschaltung, also er schaltet, ja, wenn nicht nur Sound, dass er schaltet, sondern er schaltet halt wirklich, finde ich mega cool, so, wenn wir den Frontlader bewegen, dann, gehen auch die, dazugehörigen Hebel mit, in der Kabine, und dit, ist schon viel wert, finde ich sehr schön, so, von außen ist er halt vom Sound, naja, ist halt, jede große Sound, Wunderwaffe, aber, ne, der macht halt Krach, und ist okay, wir haben vorne Abblendlicht, wir haben Arbeitssternwerfer nach hinten, die sind oben drin, dann haben wir Arbeitssternwerfer vorne, und wir haben Aus, rund umleuchten, wir haben Blinker, wir haben eine Hupe, okay, also, was willst du mehr, oder? Wir gucken mal, denn, passend dazu, wir nehmen den mal in, in der Konfiguration einfach, mit der, Anbau-Funktion nach vorne, warte mal, Fenster, eventuell, Fenster, wir machen mal die grünen Fenster rein, so, warte mal, dann gucken wir mal nochmal durch, Fredestein, eigentlich ist es wurscht, ähm, machen wir mal die dunklen Fenster rein, nur um zu gucken, wie der Unterschied ist, und, dann nehmen wir Anhänger, äh, Ankupplungsvariante, hier vorne, die kleinen, so, passend dazu, kann man ja in Kombination, weil, in dem Paket, ähm, sind auch, gleich die Anbaugeräte, dafür mit bei, eine Ballengabel, eine Palettengabel, einen Ballensammler, eine Molle, also eine Schaufel, und, na, ein Big Pack, Kran, ist hier mit bei, wir nehmen mal die Schaufel, da können wir hier nämlich, verschiedene Sachen machen, ne, wir können vorne die Zinken weg machen, wir können, äh, Zwischenprallwände, jo, ne, so eine Sachen, die können wir hier auch in allen möglichen Farben, durch anmalen, wie wir gerade wollen, wir nehmen die mal in original, so, dann hätten wir hier noch, eine Palettengabel, da können wir nämlich, oben noch ein Gitter ran bauen, können wir hier auch farbtechnisch, wieder, durch konfigurieren, und wir können hier das Design, also wir könnten die komplett in den Orang spangen, ne, so, Ankuppelmöglichkeiten, wir können nämlich auch, was ich sehr gut finde, wenn wir jetzt mal, zu den Frontladerwerkzeugen gehen, was für mich persönlich sehr wichtig ist, das Verladetool, uns mal genauer anschauen, und zwar, ähm, die sehen ja alle gleich aus hier, ist ja kein Problem, ne, ja, die haben auch alle die gleichen Funktionen, Unterschied, macht aber wirklich, vorne der, Frontlader Anbau, welches ihr, ihr wählt habt, was ich euch wirklich, nicht unbedingt empfehlen kann, zeige ich euch jetzt einfach, oh, ne, also, Innenansicht ist hier, doch wirklich ganz schön dunkel, man sieht ja nicht mal so viel, man muss jetzt hier richtig Licht an machen, dann siehst du wirklich nicht viel, Junge, Junge, so, darum jetzt nämlich, wenn wir das hochfahren, ihr müsst mal den Winkel betrachten, das macht sich besser, wenn man überall die gleichen Geräte anbaut, man kann die Rahmen nicht alle bis Anschlag hochfahren, das sieht generell sehr merkwürdig aus, wenn man bei irgendeinem war, das war gerade nicht so cool, das ist jetzt ein Vorführeffekt, so, und zwar, genau, dadurch, dass der hier vorne den Rahmen hat, ich zeige euch das beim Verladetool, da sieht man das am besten, so, das hängen wir mal hier ran, so, hier ist halt die, Besonderheit, das sieht halt echt nicht schön aus, ne, weil die, die Arme, die hängen hier so in der Luft rum, man kann hier was ankuppeln, aber das ist so doll in der Schwebe, was ich euch aber eigentlich zeigen wollte, ist diese, Mechanik vorne vom Winkel her, weil, so, wenn ich jetzt den Arm hier mal komplett runterfahre, und das nach hinten komplett anwinkel, guck mal, dann steht das Verladetool, bei dem Kameraden hier vorne höher als bei dem, und der ist auch schon bis Anschlag vorne hochgefahren, also, das macht doch einen leichten Unterschied vom Winkel her, ne, hier, zack, ist Anschlag, mehr geht nicht, deswegen kann ich eigentlich bald nur empfehlen, ähm, die anderen Beden, je nachdem, welchen Anbaugerät man hat, ne, das hier ist halt ein original Radlader, einwandfrei, wenn wir hier mal die Schaufel ranbauen, sollte er problemlos funktionieren, vom Sound ist er ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich mal gerade feststellen, das ist so ein bisschen fauchig, ein bisschen zischend, aber es geht, so, guck mal der hier, ne, der funktioniert zum Beispiel einwandfrei, wichtig ist halt auch immer, wie weit können die denn abkippen, wenn man denn wirklich was überladen möchte, in irgendeinen Anhänger, bei manchen kannst du die Schaufel halt nur so kippen, und dann läuft dann halt einfach nicht raus, ne, aber, so an sich ist das ein recht stabiles, schöner Drahtladermodell, doch, gefällt mir, so, und hässlich ist er auch nicht, ne, dadurch, dass man sich den schön anmalen kann, wie man will, einwandfrei, was ich mega toll finde, dass das Verladetool hier auf jeden Fall ranpasst, weil es eigentlich, ein Frontladerwerkzeug, ne, für Traktoren, am Kompaktlader zum Beispiel passt das nicht ran, an die großen Radlader, glaube ich, auch nicht, gut, ne, den Kollegen gibt es ebenfalls im Giants Mod Hub, für Konsole und PC, finde ich mega, finde ich sehr praktisch, vor allem sehr preiswert und sehr funktional mit allen Gerätschaften, die man dazu bauen kann, Ballenspieß, äh, Ballengabel, Palettengabel, Schaufel, ne, man kann andere Sachen anbauen, man kann die vorne, die, die, die Anbauergeräte hier, je nachdem, was man gerade haben möchte, kann man auch ändern, ne, sehr schön, also die Konsole ist variabel, schöne Sache, gefällt mir, für das Sound ist so, naja, dafür ist der Rest von der Konfiguriermöglichkeit wieder okay, und es geht weiter, und zwar bei Autos, habe ich gerade gefunden, wo ich mir so dachte, ja, ist eigentlich mega cool, und zwar der Gerät, ähm, Glens GMC Farm Truck, der kostet 500 Euro, der sieht echt aus, wie, dreimal abgesoffen, aus dem See rausgezogen, irgendwie als Zielscheibe benutzt, drauf geschossen, und dann einfach draußen im Regen stehen gelassen, weil der hat hier richtig Rostlöcher, guck mal hier eine Pritsche hinten, und da sind richtig Löcher drin, die fressen, also irgendwie hat das Ding ja schon wieder Charakter, der ist eigentlich, ist er massiv hässlich, aber irgendwie ist er auch cool, so, wir können, das ist ja noch konfigurieren, wir können, äh, vorne die Radkappen abmachen, wir können hinten die Radkappen abmachen, wir können überall welche ran machen, ne, so, das war es denn schon, kostet 2 Euro mehr, das Ding kostet 502 Euro, hat 162 PS, ähm, ne, und fährt schnell, so, wollen wir uns den mal angucken, irgendwie mag ich das Ding, ohne Quatsch, irgendwie ist er cool, so, und zwar steht der da, guckt euch das an, schön ist der nicht, also, mehr Beulen und Rost und Löcher geht gar nicht, ne, der sieht aus wie von irgendeinem anderen Spiel, irgendein, so ein, so ein Nebenmodell, was einfach nur so rumsteht, aber der hat hier Rückleuchten, der hat eine Anhängerkupplung, ja, ganz vornehm, Innenraum, Scheiben zertroschen, ja, als hätten da schon Waschbären drin gewohnt, mehrere Generationen sogar, ne, Kühlergrill fehlt, Stuhlstangen verbogen, ja, texturtechnisch, ne, hat er den eigentlich recht gut hingewunzt, sag ich mal, wir steigen mal ein, Innenansicht ist ganz schlimm, steckst du im Kopf erstmal durch die Scheibe, ja, also wenn, dann fährst du hoffentlich in der Außenansicht, wobei, hier hast du freie Sicht nach draußen, ne, die Umwelt kannst du besser ja nicht wahrnehmen, aber so an sich, irgendwie hat er was, so, wir machen mal Licht an, das funktioniert so, ja, das eine Oge da vorne schielt ein bisschen, guckt nach unten, aber es geht, ne, wer hat so einen Scheibenwerfer, hinten funktionieren auch Bäder, die sind auch schief, eins guckt nach oben, das andere guckt nach hinten, sehr schön, der hat eine Hupe, man kann hinten nur die Klappe aufmachen, man kann so eine Spanngote anbringen, guckt euch das doch mal an, wie verfault hier hinten alles ist, also die Pritsche, die ist ja fast ja nicht mehr da, die hält nur noch durch, äh, ja, ne, irgendwie gefällt er mir, alleine schon, weil er so ist, wie er ist, na, der hat so leichte Stabprobleme, hat zwei Auspuffrohre, und wenn er läuft, dann läuft er, ne, kriegt ein bisschen Wasser, qualmt ein bisschen, gut, was schleift beim Fahren, aber Leute, seid mal ehrlich, irgendwie fetzt die Kaffe, oder? Hier, der Fahrer, der ist kräftig am Lenken, und was hier der Vorteil ist, mit der Anhängerkupplung, kann man auch wirklich mal was bewegen, wenn er bremst, dann quietscht er, also ich mag den Kameraden, irgendwie ist der lustig, Problem hierbei, da werden viele wahrscheinlich wieder traurig sein, oh, der hält aus mit einem Knall, das ist ja geil, ähm, den hebt er leider nicht für Konsole, den habe ich von modhub.us, wie das Ding genau heißt, schreibe ich euch in die Videobeschreibung, und damit soll das für heute gewesen sein, Leute, ich denke mal, da sind ein paar schöne Sachen dabei, oder? Also den mag ich ja besonders, alleine, weil es total die Runkel ist, irgendwie hat er was, ja, gut, die LKWs hier fallen mir vom Sound, und der Rad hat was cool, weil er halt so Sachen kann, ne, also, ich sag, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, mach keinen Quatsch, rein gehauen! Musik 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 Vielen Dank.